So Freunde, willkommen zurück bei Nerd7 Tech oder Nerd7.de. Ich bin's Ronny und in meinen Händen das OnePlus Nord 2 oder das OnePlus Nord 2, mögen wir es aussprechen, wie wir wollen. Preisbrecher mit 399 Euro, wird als Flagship-Killer dargestellt, zumindest von OnePlus selbst. Wie gut es abschneidet oder ob es doch nur ein gutes oder sehr gutes Mittelklasse-Telefon ist, das wollen wir natürlich rausfinden. So, es gibt eine schicke Rückseite. Wir haben jetzt eine von den beiden Farben erwischt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Reviewern aussieht. Bei vielen habe ich gesehen, die haben nur die graue Version. Das ist, ich sag mal, so ein bisschen mintfarben, ist mit Sicherheit auch nicht jedermanns Geschmack, aber ist ein bisschen farbenfroh, ist leicht reflektierend, nicht ganz matt, hat so einen Glas-Touch. Es sieht auf jeden Fall schick aus und gefällt mir. Die Vorderseite sieht eigentlich aus wie jedes aktuell erhältliche Smartphone, das heißt mit einer Lochnotch, mit schmalen Rändern, schmalem Kinn, sieht vernünftig aus. Amoled-Pinnel, zu den technischen Daten kommen wir gleich nochmal. Ansonsten liegt es gut in der Hand, wiegt 191 Gramm. Die Bedienelemente sind links und rechtsseits ausgelagert, das bedeutet, auf der rechten Seite ist der Power-Button. Dann von OnePlus bekannt natürlich dann dieser Schalter, um sozusagen die Tonmodi durchzugehen, also lautlos, Vibration und volle Lautstärke. Und auf der linken Seite haben wir die Bedienelemente, allesamt sind gut zu erreichen. Ansonsten, wie gesagt, liegt es gut in der Hand, die Rückseite ist nicht zu rutschig, das heißt auch mit leicht schwitzigen Fingern bleibt es gut auf den Händen hängen, also man sieht es jetzt gerade daran. Es ist leicht kopflastig, von der Dicke her ist es angenehm in der Hand, fühlt sich haptisch gut an, lässt sich mit einer Hand relativ bedienen, aber dafür sind die Display-Diagonalen natürlich mittlerweile zu groß geworden, also das heißt für den sicheren Griff möglichst zwei Hände benutzen. Aber ist ja auch nichts Neues. Beim Kamerasetup sieht man, dass es, wie schon gerade erwähnt, oben links in der Ecke mit verstaut ist, allerdings gibt es hier nur drei Sensoren, der eine oder andere Hersteller hat da noch den vierten oder fünften Sensor mit drin. Hier hat man sich auf das Wichtigste fokussiert, das bedeutet, wir haben einen Sony IMX 766 50 Megapixel Sensor verbaut, mit einer Blende von 1.88. Dann gibt es, also eine optische Bildstabilisierung kommt übrigens auch dazu, vielleicht das direkt mal mit erwähnt, ein 8 Megapixel IMX 355 Weitwinkelsensor. Und zu guter Letzt noch ein 2 Megapixel Monochrom-Sensor. So, hier oben nochmal dezent die Lochnotch. Man sieht vielleicht auch, eine Display-Schutzfolie ist auch aufgetragen. Die Lochnotch beherbergt eine 32 Megapixel Kamera und das Ganze mit einem IMX 615 Sensor. Da merkt man schon, hier hat man auf jeden Fall jetzt nicht an den Sensoren gespart. Entscheidend ist natürlich für die Qualität immer noch die Linsen bzw. auch die Software. Weil wir gerade schon auf der Vorderseite sind, gibt es natürlich auch ein schönes großes Display mit 6,43 Zoll Abmessung, ein AMOLED-Panel mit 90 Hertz und einer Displayauflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Die Anschlussvielfalt bei neuen Smartphones hält sich ja mittlerweile stark zurück. Das ist auch beim OnePlus Nord 2 der Fall. Das heißt, wir haben einen USB-Typ C auf Basis 2.0, Stereo-Lautsprecher und quasi den SIM-Kartenslot. Mehr findet man an dem Gerät nicht vor. Direkt der Schwenk zum Lieferumfang. Wie gesagt, Smartphone plus Schutzfolie aufgetragen. SIM-Nadel. Der Speicher selbst ist nicht erweiterbar. Es gibt eine 128 und eine 256 GB Variante. Es liegt eine Schutzhülle mit bei. Und alternativ, ihr seht schon, wird aufgebaut. Gibt es auch noch ein paar andere Farben. Gibt auch natürlich in anderen Farben. Tobt euch aus. Und dann sieht man natürlich noch, es gibt natürlich das Ladekabel USB-Typ C auf USB. Und das Warp Charge 65 Watt Netzteil. Denn der Akku mit 4500 mAh kann mit 65 Watt beladen werden. Wie es sich für ein AMOLED-Panel gehört, gibt es natürlich auch einen Fingerabdrucksensor unter Glas. Der meistens gut funktioniert. Von der Positionierung her dürfte er meines Erachtens natürlich gerne ein bisschen höher sitzen. Jetzt der Vorführeffekt. Es funktioniert tatsächlich die ganze Zeit. Ich hatte im Test aber ab und zu mal ein bisschen Schwierigkeiten, das Display zu entsperren. Was bei mir in unserer Version gar nicht funktioniert hat. Wir wissen leider auch nicht warum. Ist die Face Unlock Funktion. Hier regt sich auch das Symbol des Schlosses nicht. Wir haben das Gesicht mehrfach eingelesen. Wir haben auch mal Kais Gesicht eingelesen. Es lag also nicht an meinem Gesicht. Hier scheint ein Fehler vorzuliegen. Das beziehe ich aber nur auf unser Gerät. Weil ich schon mal andere Reviewer gefragt habe. Hey, wie sieht es bei euch aus? Ja, funktioniert. Also da vielleicht einfach eine Warnung. Vielleicht müssen wir das Gerät einmal zurücksetzen und dann funktioniert es. Ja, ich habe es angesprochen. Das Display läuft mit 90 Hertz. Das macht natürlich auch Spaß. Bedient sich entsprechend flüssig. Für die Gesamtperformance ist natürlich dann ein Dimensity 1200 AI. Das ist ein Octa-Core mit 3 GHz, der von OnePlus quasi noch ein bisschen angepasst wurde, um die KI-Algorithmen ein bisschen besser zu machen. So, die Kamera soll ein bisschen besser funktionieren mit den Features und so weiter, die es da so gibt. So wirklich nachweisen kann man das natürlich immer nicht. Aber was die grundsätzliche Geschwindigkeit im System angeht, gibt es natürlich ja gar keine Probleme. Das heißt, entsprechende Apps, ich habe es natürlich für eine genommen, die länger braucht zum Laden, die gehen sehr, sehr schnell auf. Es lädt alles schnell. Das funktioniert. Das macht wirklich Spaß. Es ist ein intuitives, einfaches Bedienen, wie man das halt so kennt. Auch wenn ich jetzt hier die Gestensteuerung drin habe, die könnt ihr natürlich auch zu den normalen Onscreen-Tasten umschalten. Und dann hier zum Beispiel, zack, ist unsere App auch offen. Einmal reingehen, hoch und runter wischen, einmal links und dann formierst durch die einzelnen Artikel durchgehen. Also da sieht man schon, das funktioniert und das spiegelt dann im Prinzip schon die Gesamtperformance wieder, die das System uns offenbart. So ein bisschen OnePlus-typisch könnte man das ja jetzt bezeichnen. Über das Telefon. Ja, da steht es nochmal, Dimensity 1200 AI Octa-Core. Wir haben jetzt hier auch die große Variante mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz. Wie gesagt, der Speicherplatz selbst ist nicht erweiterbar. Alternativ für den Einführungspreis gibt es natürlich die 828 Variante für 399 Euro. So, OxygenOS-Version V11.3 ist neu. Das ist jetzt so ein bisschen unter dem Deckmantel mit Oppo in Kooperation, beziehungsweise man hat es hier ja zusammengetan. Android 11 ist natürlich immer noch Standard und ansonsten, Sicherheit, da sehen wir es, Sicherheitsupdate statt ist vom 5. Juni 2021. Im Testzeitraum ist tatsächlich aber noch kein Update eingetrudelt. Ich denke mal, das wird aber in den kommenden Tagen auf jeden Fall noch passieren oder in den kommenden Wochen. Auch hier gleich nochmal die Anmerkung. OnePlus garantiert für zwei Jahre zwei große Updates von, also quasi von Android 12 und 13 und für drei Jahre die normalen Sicherheitsupdate-Patches. Ansonsten besteht die Möglichkeit, dass ich hier im System natürlich relativ viel einstellen kann. Beim Display kann ich natürlich dann auch entsprechend ein bisschen was einstellen, zum Beispiel die Farbtemperatur von kalt auf warm oder halt ein bisschen neutral. Dann gibt es natürlich den Bildschirp-Farbmodus. Hier gibt es aber einen großen Unterschied zu den, ja ich nenne es jetzt mal High-End OnePlus-Geräten. Hier ist das Ganze ein bisschen eingeschränkt. Es gibt nur lebhaft und mild. Das heißt, hier hat man natürlich, wie gesagt, schon ein Mittelklasse-Gerät und bestimmte Features wird man sich wahrscheinlich einfach für die großen Modelle vorenthalten. Aber den Videoschärfer für bessere Auflösung in Videos gibt es zum Beispiel auch. Unter Mehr finden wir dann die Bildschirmaktualisierungsrate, also die Bildwiederholfrequenz, die ich hier mit 60 oder 90 einstellen kann. Was mir persönlich gut gefällt, ist die Personalisierung. Da kann ich die Symbole direkt ändern. Also gut, jetzt vorgegeben sind quasi nur Oxygen und Hydrogen. Ich kann die Farben direkt anpassen, wie die Schriften aussehen sollen, Schriftarten kann ich direkt anpassen. Ich habe hier die Benachtigungsebenen, die ich dann quasi mit den Symbolen anpassen kann und auch das Horizon Light. Quasi das Always-On-Display, das dann im Prinzip bei angehenden Nachrichten und ähnliches dann halt meint wie in Gold in Rot oder in Blau an einer Seite hier aufflimmert. Das gefällt mir gut. Das sind so noch kleine Features. Aber wie gesagt, im Grunde ist es wie ein Mittelklasse-Telefon und das eine oder andere Feature, was man halt von den großen Geräten her kennt, das wird man hier auf jeden Fall vermissen. So, wie üblich, keine Schad-Software, keine Bloat-Software. Also wie gesagt, Netflix ist immer mit drauf. Ansonsten hält sich das System sehr, sehr sauber zurück. Das finde ich gut. Alle Google-rechtlichen Dinge sind natürlich bestanden. Das erwarte ich auch hier. Ein paar weitere Informationen. Dann haben wir natürlich das Digital-Wide-Management-Swide-Wide-Level L1. Das heißt, alle Streaming-Anbieter können in Full-HD hier dann auch gestreamt werden. Beim Kamera-API-Level sind wir auf Level 3. Und dann haben wir noch das sequenzielle Lesen und Schreiben. Da liegen wir beim Lesen bei 1845 MB in der Sekunde und beim sequenziellen Schreiben bei 1253 MB in der Sekunde. Das sind herausragende Werte und für eine Mildklasse extrem gut. Also das ist wirklich High-End-Niveau. Dann haben wir hier nochmal die Les- und Schreibwerte und nochmal den Arbeitsspeicher mit 53 GB in der Sekunde. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, denn Flaschenhals in der Form gibt es hier natürlich nicht. Was die Performance angeht, wir liegen hier bei knapp 600.000 AnTuTu-Punkte. Das ist sehr, sehr flott und ist dann halt schon gehobene Mittelklasse. Und beim zweiten Mal durchlaufen sind wir dann knapp 10.000 Punkte weniger. Das ist völlig im Rahmen. Die anderen Ergebnisse könnt ihr hier natürlich gerne noch einmal entnehmen. Und dann sind wir auch beim CPU-Stresstest. Der ist hier direkt nach den Benchmarks durchgelaufen. Das heißt, das Gerät war auf Betriebstemperatur und hat natürlich eine leichte Drosselung bekommen. Man sieht, dass da das so ein bisschen abgesunken ist. Man hat immer noch 82% der Gesamtleistung. Wenn ich das aus dem kalten Zustand des Gerätes mache, setze ich das ein bisschen später ein. Und wir sind ungefähr bei 84% der Gesamtleistung. Das Gerät hat eine leichte Abwärme. Sie ist auch spürbar. Ist jetzt aber nicht irgendwie wie bei einer Snapdragon 888, dass es sehr warm wird. Stört entsprechend nicht. Aber man sollte vielleicht wissen, dass es ein bisschen warm wird. Und ansonsten beim GPS gibt es auch überhaupt keine Probleme. 64 im Blickfeld, 50 davon genutzt. Die Findung war sehr schnell. Hier unten seht ihr auch, welche Satelliten dann komplett mit unterstützt werden. Der Hardware-Kompass funktioniert auch sehr gut. Zeigt komplett in die richtige Richtung, wo es hin soll. Und das Dual-Band-WLAN mit WLAN 6 hat auch sehr gute Werte. 800 Mbit in der Sekunde kann ich hier maximal mit durchjagen. Unser Internet gibt es selbst natürlich nicht so viel her. Wurde aber komplett ausgereizt. Dann liegt ja letztendlich alles Wichtige mit vor. Das heißt, ihr könnt 5G nutzen. Ihr könnt NFC benutzen. Und ihr habt, wie gesagt, auch WLAN 6. Was die Gesprächs- und Empfangsqualität angeht, kann ich hier nicht mosern. Ich wurde gut verstanden. Die Gespräche konnten gut geführt werden. Empfang war auch soweit in Ordnung für unsere Region, weil es immer ein bisschen schlecht ist. 5G kann ich immer noch nicht testen. Mir fehlt immer noch ein entsprechender Vertrag. Ich denke, das geht euch aber zum Teil auch so. Der OnePlus-Kenner wird direkt sehen, hey, die Software ist anders. Ja, in der Tat, hier ist jetzt quasi die Oberfläche von Oppo bzw. RealMimit genutzt worden. Letztendlich funktional oder die Funktionalitäten sind die gleichen. Das heißt, ich habe Nachtmodus, ich habe die Videos. Wenn ich runterziehe, kann ich dann entsprechend auch die Auflösungen und FPS-Zahlen verändern. 4K 30, ihr seht schon, ist das Maximale, was geht. Wie gesagt, Weitwinkel und hier die normalen Zoom-Stufen, allerdings nur digital, nicht optisch. Foto, Porträt und unter mehr gibt es auch noch ein paar Kleinigkeiten. Und hier oben unter den Einstellungen natürlich auch mit Wasserzeichen und Aufnahme und wie der Fokus-Tracking funktionieren soll und Ähnliches. Wahnsinnig vieles ist es aber nicht mehr. Und dann gibt es natürlich noch die Frontkamera. Da haben wir dann auch Porträt, Foto und Video. Und im Gegensatz zu dem, was ich gleich in der Zusammenfassung der Kamera sage, ist die Frontkamera auch stabilisiert. Allerdings mit EES. Ihr müsst das aber hier oben mit aktivieren. Die Auflösung bleibt bei Full-HD, aber die Stabilisierung funktioniert tatsächlich auch gut. Und einen eigenen Nachtmodus gibt es auch noch. Und den Rest schauen wir uns jetzt an. Ja, kommen wir zum wichtigsten Part wahrscheinlich. Die Kamera sieht auf den ersten Blick wirklich schon mal ziemlich gut aus. Aber hier haben wir natürlich so ein bisschen das Problem mit der Überbelichtung. Also das ist bei den Modellen bei 400 Euro irgendwie so ein bisschen noch Standard, nenne ich es jetzt mal. Aber Farben, Kontraste, das gesamte Bild, Bildschärfe, Details und so weiter, das sieht echt vernünftig aus. Das muss ich meiner Meinung nach gar nicht verstecken. Klar, mit einem Galaxy S21 oder was weiß ich, wenn man es vergleichen würde, würde man noch Unterschiede erkennen. Aber so durchweg, einfach aus der Hand geschossen, kriegt man wirklich gute Bilder, vernünftige Details. Und das sieht man hier auch in der Hummel. Also die sehen wirklich vernünftig aus. Das Gleiche gilt dann auch hier für die Aufnahme an dem Fußball hinten. Da kennt man auch so ein bisschen was. Die Kontraste zwischen dem Vorderhintergrund, die sehen vernünftig aus. Also ich erkenne so ein bisschen die Detailstufen in den Bäumen, also die einzelnen Ebenen, nenne ich es jetzt mal. Auch hier den Himmel kann ich vernünftig erkennen. Am Rand mag es vielleicht so ein Hauch mal unscharf sein. Vielleicht ist auch ein bisschen zu viel Rot noch mit im Bild. Aber grundsätzlich gefällt mir das. Wechselt man dann zum Weitwinkelmodus, sieht man dann direkt den Unterschied, dass hier dann quasi eine geringe Auflösung genutzt wird. Die Bildqualität sinkt und auch die Details im Bild natürlich dann nicht mehr so krass sind. Die Randverzerrung und Unschärfe hält sich allerdings noch so weit zurück. Das sieht schon noch vernünftig aus. Aber wie gesagt, mit den Hauptaufnahmen kann man hier natürlich nicht mithalten. Aber man bekommt natürlich auch mehr drauf. Porträtfunktion funktioniert super, so wie man das eigentlich erwartet. Auch hier in meinem Gesicht. Das Gesicht selbst hat meiner Meinung nach auch noch ein bisschen zu viel Rot drin. Bildschärfe dürfte gerne noch ein bisschen hoch sein. Ansonsten der Detailgrad und das gesamte Bild sieht vernünftig aus. Ohne den Porträtmodus sieht das Ganze wie folgt aus. Also eigentlich keine großartige Änderung bis auf den Hintergrund. Und ja, das kann sich definitiv sehen lassen. Die Frontkamera, ja, da muss man den richtigen Abstand finden, damit es dann auch scharf wird, das Bild. Die habe ich nicht ganz gefunden. Man sieht aber, dass hier dann auch ein bisschen weniger Farbe drin ist im Gesicht. Also es sieht natürlicher aus. Die Abtrennung zwischen Vorder- und Hintergrund ist wirklich gut gelungen. Also hier nur per Software. Das funktioniert wirklich gut. Bei Nacht, da kann die Frontkamera natürlich dann nicht mehr ganz so mithalten. Da ist dann jetzt nicht mehr so viel an Details drin. Aber das ist nichts Neues. Und mit viel Gegenlicht und wenig Licht von vorne. Ja, dann ist es nur noch Matschhaufen. Aber okay, ist nichts Neues. Die Nachtaufnahmen selbst sehen schon mal sehr gut aus. Es sei gesagt, das ist die einzige Lichtquelle in dem Raum. Die ist relativ stark, aber es ist nur eine kleine Lampe. Ich erkenne hier aber von dem Inhalt, das Regal schon eine Menge. Wenn ich den Nachtmodus dann dazu nutze, merkt man, dass man hier mehr Helligkeit bekommt, ein bisschen Grundrauschen reduziert wird. In dem Fall ist hier aber, wo zu wenig Licht war, dann die Bildschärfe ein bisschen zurückgegangen. Habe ich mehr Licht im Raum, sieht das erstmal auf normalen Modus nicht so prall aus. Habe ich dann den Nachtmodus an, dann sieht das deutlich besser aus. Es gibt hier so eine leichte Reflexion in der Linse. Das kann leider mal vorkommen. Ansonsten Bildschärfe, Details, Detailgrad, Kontraste, Helligkeit werden wirklich gut überarbeitet. Und das ist ein schönes Ergebnis, was wir hier bekommen. Wenn man dann wieder zu ein bisschen krasseren Farben kommt, dann wird das aufgehellt. Man kann die Lichtquelle fast gut differenziert anschauen. Das Bild wird aufgehellt. Mehr Details in der Bildtiefe bekomme ich jetzt nicht. Also ich kann jetzt die Figuren nicht wirklich erkennen. Und auch den Schriftzug Quadral steht da eigentlich drauf, auf dem Lautbrecher jetzt auch nicht wirklich erkennen. Aber so das Endresultat ist dennoch schon beachtlich eigentlich für diese Preisklasse, würde ich sagen. So, hier haben wir dann eine Aufnahme in 4K mal 30 FPS. 60 geht hier leider nicht. Ich muss hier nochmal ein bisschen durchstolpern. Dann schwenken wir mal links, rechts. Und dann sieht man, das sieht schon vernünftig aus. Das Autofokus ist auch sehr schnell. Und hier, der Himmel sieht auch vernünftig aus. Der wechselt jetzt auch nicht so stark. Wir können rauszoomen natürlich und auch wieder reinzoomen. Das kennt man ja. Wenn wir uns die Videos anschauen, haben wir 4K mal 30 FPS. Das ist das Maximale der Gefühle. Aber das ist auch gut stabilisiert. Ich heisse, ich wandere da durch den Vorgarten und man merkt es kaum. Es sind wirklich schöne Aufnahmen. Die Helligkeit ist in Ordnung. Ich finde es manchmal aber etwas zu hell. Auch teilweise etwas überbelichtet. Aber wir haben einen sehr, sehr schnellen Autofokus. Und das Audio ist auch ziemlich gut. Das heißt, für das V-Logging und Co. kann ich das Ding natürlich auch benutzen. Wenn ich dann die Auflösung auf Full-AD reduziere, habe ich auch 60 Bilder pro Sekunde, die ich aufnehmen kann. Aber das ist natürlich ein deutlich sichtbar schlechterer Bild. Also die Auflösung ist halt einfach mal deutlich kleiner. Aber ein smoothes, sauberes Ergebnis in der Wiedergabe haben wir. Und es ist ebenso stabilisiert. Allerdings kommt hier die Überlichtung ein bisschen mehr zum Tragen. Wir können natürlich auch den Weitwinkelsensor ansprechen. Aber hier sind die Qualität sichtbar. Die Bitrate ist auch ein bisschen zu gering. Das Bild wirkt dann einfach ein bisschen stumpf, ein bisschen blass. Kann man natürlich trotzdem aufnehmen. Schade ist hier hingegen, dass das Video dann nicht mehr stabilisiert ist. Bei der Frontkamera gibt es eigentlich auch keine Probleme. Allerdings Full-AD, 30 FPS, nicht stabilisiert. Und wie üblich die leichte Überbelichtung auf der Stirn, vom Hintergrund und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich muss ich sagen, Kamera gefällt mir. Das passt. Das liegt gut in dem Preissegment. So, ja, Input-Toleranzen gibt es hier natürlich auch nicht. Das heißt, alle Eingaben, die ich hier tätige, werden auch direkt umgesetzt. Da mag ich dann das Colorsnake immer sehr gerne für. Weil man da sieht eben, jo, das funktioniert. Hier wird alles umgesetzt, schnelle Bewegung und so weiter und so fort. Das heißt, auch irgendwelche 3D-Shooter und so werden natürlich die Steuerung direkt umsetzen und eure Eingaben so nutzen, wie ihr sie wollt. So, die ganzen Barbarazzi sind mir ein bisschen zu laut. Ihr habt es gerade festgestellt, es gibt einen Stereo-Lautsprecher. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Hier auf der rechten Seite und auf der linken Seite kommt was raus. Das Ganze klingt auch tatsächlich vernünftig. Also ich habe jetzt eigentlich auch nichts anderes erwartet. Was den Tiefgang angeht, naja, es bleibt halt natürlich ein Smartphone. Und da kann ich natürlich hier nicht von übelst tiefen Bassfrequenzen sprechen. Aber darum geht es ja meistens auch nicht, weil klanglich soll es halt einfach überzeugend sein. So, Shadowgun Legends, wer es nicht erkannt hat, das sind die Einstellungen, die wir gewählt haben. Ultra und 60 Bilder in der Sekunde. Und das Ganze testen wir jetzt mal kurz aus. Ich denke, eigentlich kann ich mir das im Ganzen schon sparen, was jede Performance angeht. Ich glaube, man weiß, dass mit einem Dimensity 1200 und der Performance, die man unter Antutu zum Beispiel bekommen hat, einfach alles spielen kann. Ich glaube, ja, ich müsste es nicht zeigen. Ich mache es trotzdem so mehr oder weniger, weil man sieht halt, es läuft flüssig. Ob es jetzt 60 oder 80 oder 90 Frames an oder reicht, kann ich euch leider nicht sagen. Es läuft flüssig. Eine Anzeige von FPS oder Inhalten habe ich leider nicht. Hier gibt es trotzdem die kurze Gedenksekunde beim ersten Mal. Und ansonsten, aber wie gesagt, läuft das Ding danach schnurstracks, gerade und flüssig. Und ja, ich glaube, wir beenden das jetzt auch einfach damit. So, ich habe es hier vorne erwähnt, 4500 mAh misst. Der Akku kann mit 65 Watt beladen werden. Das spricht für eine Ladezeit von gerade mal 30 Minuten, um das Ding von 0 auf 100 wieder zu bringen. Das heißt, es ist sehr, sehr schnell. Quasi nicht mal eine Netflix-Folge, könnt ihr irgendwas angucken, dann ist das Telefon wieder voll. Ja, was den Verbrauch angeht, kann man hier ganz locker so anderthalb Tage mit einplanen. Ein stressiger Tag ist, ja, dann ist wahrscheinlich auch Ende im Gelände. Da muss man quasi, wenn man viel spielt und viel Kamera benutzt, dann auch am Abend laden. Wer sich ein bisschen gemächlicher mit dem Gerät auseinandersetzt, der kann vielleicht auch den zweiten Tag erleben. Das ist auf jeden Fall ein schöner Wert. Wer jetzt das ganze System auf 60 Hertz reduziert, kann hier natürlich nochmal ein, zwei Stunden mehr rausholen. Im Test lagen wir hier ungefähr bei 13 Stunden und ein bisschen was Display anzeigt. Das heißt, das ist eine ordentliche Zeit. Vielleicht nochmal einen Punkt zu den 60 beziehungsweise 90 Hertz. Nicht jede App unterstützt das. Das heißt, wenn ihr viel YouTube schaut, da läuft das Ding mit 60 Hertz. Seid ihr im System unterwegs, läuft das halt eben mit 90 Hertz. Ja, fassen wir einmal nochmal alles zusammen. Der Einführungspreis für die 828 Variante liegt bei 399 Euro. Man hat eine sehr hohe Mittelklasse-Performance, also geht schon mehr in den High-End-Bereich mit knapp 600.000 AnTuTu-Punkte. Wir haben ein AMOLED-Panel mit 90 Hertz. Hier muss man sagen, einerseits ist das Panel natürlich gut, es gibt aber schon bessere. Und die 90 Hertz ist jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Da bieten andere halt eben schon 120 oder 144 Hertz an. Letztendlich für ein geschmeidigeres System reichen die 90 Hertz aber aus. Mich persönlich stört das jetzt weniger. Alles Wichtige, vermeintlich Wichtige ist mit an Bord. 5G, NFC, Stereo-Lautsprecher, WLAN 6, Bluetooth 5.2, USB-Typ C, dicker Akku, schnelles Beladenes mit bei. Das macht Spaß. Das Kamerasetup ist vielleicht im Vergleich zur großen Konkurrenz oder zur darunterliegenden Konkurrenz ein bisschen kleiner. Abgespeckt will ich dazu jetzt nicht sagen. Man hat sich hier auf wichtige Sensoren fokussiert. Makro-Sensor 4 zum Beispiel. Ich glaube, die meisten nutzen die nicht wirklich. Ist jetzt kein Verlust. Ansonsten macht die Kammer wirklich gute Bilder. Ist nochmal ein Stückchen besser als der Vorgänger. Und was die Performance angeht mit dem Dimensity 1200, sind wir ja auch gut doppelt so schnell, wie es eben das OnePlus Nord 1 in dem Falle gemacht hat. Und im Gesamten ist es ein sehr, sehr schönes Mittelklasse-Gerät, was sich keine groben Schnitzer leistet. Ich muss hier natürlich auf induktives Laden oder auf Wasserdichtigkeit verzichten. Aber irgendwie muss man ja nochmal den Unterschied zu den großen und teuren Modellen haben. Sprich auch quasi, was die Software und die Funktionalität angeht. Kleine Sachen sind hier einfach nochmal ein bisschen anders. Durchweg sehr schönes Gerät. Macht Spaß. Für den Preis von knapp 400 Euro macht man definitiv nichts falsch. Und so richtig viel Konkurrenz gibt es in dem Preissegment auch nicht. Klar, für weniger Geld bekomme ich vielleicht zum Teil eine gleiche oder ähnliche Leistung. Ich sage jetzt mal grob die Poco-Geräte. Da ist die Kamera aber dann halt einfach ein bisschen auch abgespeckter. Wenn ich ein bisschen mehr ausgeben will, lande ich dann schon wieder bei so einem Galaxy S20 FE. Das liegt bei 470 Euro, ist in Performance, Kamera und Co. vielleicht auch nochmal ein Stückchen besser. Aber kostet halt auch schon wieder ein Stückchen mehr. Somit ist es quasi jetzt kein All-Einstellungsmerkmal bei 400 Euro, aber ein sehr, sehr gutes Telefon. Aber es ist definitiv kein Flagship-Killer, weil dafür fehlen einfach bestimmte Features. Das muss man halt auch einfach mit dem Preis quasi in Betracht ziehen. Was haltet ihr denn von dem OnePlus Nord 2 oder 2? Habt ihr den Vorgänger besessen? Hattet ihr vor, den Vorgänger zu kaufen? Habt ihr jetzt vielleicht vor, den jetzt oder diesen Nachfolger zu kaufen, den zweiten Teil quasi, der ja wirklich gut abschneidet? Oder sagt ihr, na OnePlus, ich will lieber die volle Performance, ich will auch die volle Funktionalität der Software? Gebt uns gerne mal ein bisschen Feedback, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten fällt mir keine Frage weiter ein. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann, euer Ronny.